Das erste Mal Booster Packs für 200 Euro. Na Kleiner, was darf's sein? Die neuen Booster Packs für 200 bitte. Boah, das Taschengeld bis in deine Rente. Ich bin Geschäftsmann, ich nehme das natürlich. Na gut, das alles gehört dir. Danke, besser da kommt ein shiny Pikachu raus, dann habe ich das ganze Geld schon wieder drin. Ein Investor, schlauer Junge. Hey Freunde, schaut mal was ich hier hab. Ich hab mir Booster Packs kauft. Und zwar für 200 Euro. Das sind die ganz neuen von Pokémon. Stürmische Pumpen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Letztes Mal haben wir richtig viel Plus gemacht, weil wir haben das cool Junge gezogen. Ich zeig's euch kurz. Habt es nämlich hier in meiner coolen Kammelmappe. Und zwar haben wir letztes Mal zwei gute Karten sogar gezogen. Erstmal hatten wir dieses hier. Schaut mal, die Karte ist über 100 wert. Aber dann hatte ich nur die. Ist auch nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das toppen können. Theoretisch habe ich mir schon ein paar Karten rausgesucht, was wir ziehen müssten, um das zu toppen. Ich zeig's euch einmal. Das Beste wäre, wenn wir dieses Pikachu ziehen. Dieses Pikachu kostet nämlich 300. Dieses hier kostet 87. Wär auch super. Dieses hier kostet 83. Und dieses wunderschöne Pikachu kostet 63. Bevor ich erwachsen bin, habe ich gedacht, hey, komm, jetzt können wir noch einmal blöd unser Geld ausgeben. Darum. 200 Euro hat das kostet. Das heißt, wir bräuchten, ja, also theoretisch zwei von den geilen Karten, okay? Drückt mir die Daumen. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so viel und wir gehen rein in die wunderschönen Buchstabhex. Ihr seht's immer als erstes. Darum. Schaut am besten das Video bis zum Ende, dass ihr seht, ob es sich lohnt hat oder nicht. Macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Meine Mama hat mich schon ganz arg angeschissen. Also im übertragenen Sinn, nicht in echt. Hoffe ich jedenfalls. Bitte, 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 stimmt's nicht. Wir gehen rein in das erste Pack. Diktri. Sempos. Chilling. Igvenor. Vilonon. Drachenelexier. Xernes. Warschwa. Oh, das glitzert schon. Wir sind schon bei der ersten Glitzerkarte, aber die sieht noch nicht so gut aus. Und, 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 und. Ah. Quack. Toh? Hacker. Hacker. Oha, 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 oha. Okay, mal gucken, was noch kommt. Und, und, und. Ah, 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 ah. Warschwa. Mal auf die Glitzerkarte. Mal auf die Glitzerkarte. Digi-Watt. Ja, 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 ja. 83, 83. Ja. Erstes Pack. 83. Let's go. Endlich. Ja. Was? Erst mal ne kleine Zahnseide ziehen. Hu, hu, hu. Und heute bin ich sogar vorbereitet. Ich hab hier sogar so Sleeves. Hu, hu, hu. Eingesleeved. W's in den Chat. Und falls ihr nicht wisst, ich bin tatsächlich ein kleiner Streamer darum, schau doch auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Wisst ihr, was das Beste an den Buchstabpacks ist? Ach, die riechen so gut. Kennt ihr den Geruch von neuen Karten? Melotic. Hier steht Melotic. 83. Ich hab keinen Scheiß erzählt. Das war das erste Pack. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Ich leg das jetzt zur Seite. Und dann würde ich sagen, wir gehen ins zweite Pack. Und vielen, vielen Dank an jeden, der mir da draußen die Daumen gedrückt hat. Es bringt wirklich was, okay? Ich brauch noch mehr Menschen, die mir Daumen drücken, weil... Jetzt will ich natürlich das Pikachu. Ist klar, oder? Zweite Pack. Ich mach's auf. Ich bin schon aus der Puste. Ich glaub, ich brauch ein kleines Stück Energy. Also. Grill Cheetah. Pissuau. Schale los. Bummels. Torutorn. Tauros. Oh, das kenn ich sogar. Konterangriff. Trainer. Und Kommando U-Tan. Okay. Jetzt bitte was Gutes. Bitte Pikachu, bitte Pikachu, bitte Pikachu. Ist das ein kleines Glumanda-Jet? Grokel? Kleines Glumanda. Vielleicht, vielleicht kommt... Oh, ist sie gut. Oh. Ist sie gut? Zwei Cent? Na, ich schau selber nach. Das kann nicht wahr sein. So schön wie die glitzert. Terrapagos. So. Äh. Ich würd sagen, wir machen einfach weiter Packs auf. Das kann ich, glaub, am besten. Bingo. Choreogel. Pumugel. Oh, Voltaren. Das sieht schön aus. Das sieht echt kacke aus. Psoi, Patara. Viktina. Das sind schon komische Namen. Die kenn ich alle gar nicht. Ich glaub, ich bin zu alt dafür. Das ist erste Glitzer, aber jetzt kommt die Wertvollste. Ich glaub immer, die zweite Glitzer ist die Wertvollste. Und, 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 und. Ah. 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 Was ist nur mit Gluchang passiert? Ah. Ah. Echtlich gut. Echtlich gut. Die sieht auch gut aus, oder? Da steht Vergangenheit. Ist das gut? Ja. Nee. Freunde. Kennt sich hier keiner mit Pokémon aus. Das letzte Pokémon, das ich gespielt hab, war die hier. Und seitdem bin ich quasi erwachsen worden. Oh Mann. Ich hab mich schon gefreut. Dann würd ich einfach sagen, wir haben noch genug. Und wir gehen weiter auf Pikachu. Ich glaub, ich glaub, ich glaub hier riecht Stombrick. Es könnte auf jeden Fall ein Pikachu sein. Moruda. Korowal. Sproxi. Geronimatz. Den kenn ich sogar. Kräuterquark. Komischer Name. Belebtes Stadion. Lumaxl. Glitzer des Nicke. Umpels. Oh. Wechselschalter in Glitzer. Sind Trainerkarten gut? Da kenn ich mich jetzt nicht so aus. Pikachu, bitte, bitte, bitte. Da ist kein Pikachu. Kaufen. Und? Pikachu. Ah. Ist es gut? Ist es gut? Gastrodon. Wechselschalter 50 Cent. Bisher sind wir zwar im Plus, aber nur wegen einer Karte. Gadradon. Zwei Cent. Zwei Cent. Zwei Cent. Da kostet ja der Strom für mein Licht. Oh mein Gott. Der Strom kostet sogar mehr. Wir gehen direkt ins nächste. Ich brauche jetzt was Positives. Bitte was holen. Ist Pikachu? Was ist so mit Pikachu passiert? Weiter. Manky. Oh, das kenn ich sogar. Zebra. Marill. Magnetzone. Technischer. Glitzert das? Nee. Warum ist denn das schwarz-weiß? Hat es keine Farbe bekommen? Was stimmt denn da nicht? Wir gucken weiter. Bo. Ah. Pikachu. Ah. Wie klappt das? Kapufalla. Macabacha. Ebuli. Ebuli. Das habe ich immer zu Nacht reinfickeln lassen. Kokowai. Romeo. Kenne ich nicht? Taurus. Okay. Irgendwas. Ah. Ist gut. Das ist direkt von Ebuli. Die Weiterentwicklung. Und jetzt Pikachu. Jetzt Pikachu. Pikachu. Oh mein Gott. Jetzt aber. Jetzt. Pikachu. Klitz. Klitzer. Gespencht. Lupi. Taugenix. Genau wie meine Mods. Alle Taugenix. Mandela. Victini. Die hatte ich gerade eben schon ohne Glitzer. Glitzerstu? Ne gell. Die Glitzer... Jetzt Pikachu! Jetzt Pikachu! Bitte ein Pikachu! Pikachu! Oho! 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 Ist es gut? Zukunft! Ich hab schon so ne Karte da steht Vergangenheit. Jetzt hab ich die Zukunft. Der Look? Oktopus? Keine Ahnung. Glitzerstu? Ne. Mann, weiß denen die aus als würden die glitzern. Bin ich blöd? Ballon da? 28. Tagebuch? Äh... Azugandaris? Oh! Glitzerstu? Voltaren? Pika! Pika! Das ist ja schlecht! Es hat nur 20! Also dumm ist ja Kacke! Jetzt Pikachu! Bitte! Oho! Wieder 2 Cent! Ich glaub nach dem Video bin ich Probe. Darum lass schon mal ein Abo da. Und wenn's dir gefallen hat und gefällt mir. Und wenn ich unbedingt noch mehr Pokémon Buster aufmachen soll. Schreib irgendwas cooles in die Kommentare. Ich brauch kurz den Kick. Kennt ihr das? Benzin und Pokémon Karten riechen wunderschön. Okay. Mir geht's wieder gut. Wir machen weiter. So. Gespencht? Hurmel? Bissaflor? Barsch? Affiti? Quatermark? Brulello? Oh! Ach! Pikachu? Das stimmt mit Pikachu nicht! Kleiner Elefant? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Kapariki! Ihr verascht mich. Ihr sagt zu jeder Karte die ich zieht 2 Cent? Ich hab's langsam rausgefunden. Tup, 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 tups, tup, 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 tup! passiert. Genau, ist hier die Mama von Ali HD? Ihr Sohn möchte das Internet abgestellt haben. Das kann ja nicht wahr sein. Wie besimmt das ich denn? Bitte schnell. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Pikachu nicht wert. Ich sag, du wirst komplett Minus machen. Hey, mich freut's wirklich, dass ihr alle Sohn mich glaubt. Darum ihr werdet schon sehen, wie ich Pikachu ziehe. Meine Mama hat auch immer gesagt, dass ich das hübschste, hübsche, hübscheste Hübscheste Kind im Kindergarten bin. Ich glaub, dir hat zwar immer gelogen und das nur so gesagt, aber... Putetana Servel Finsterer Ball Ist das Glitzer? Ne. Oh, jetzt Pikachu! Juhu! Ich hab den ehrennigsten Tisch der Welt gezogen! Barschma! Die ist riesig! Volles Glitzerbild! Bitte sag mir, dass es nie wieder zwei Cent ist. Bitte sag mir nicht, dass es wieder zwei Cent ist! Uuuu! Zehn Euro? Siebzig? Ihr verarscht mich schon wieder! Sag halt, was es wert ist! Einer schreibt 28. Es hat... Einer schreibt zwei Cent. Einer sagt fünf Euro. Einer sagt zehn Euro. Und einer sagt siebzig Cent. Ich sag's jetzt mal in der... in der Jugendspray, dass ihr mich auch versteht. Alter! Wollt ihr mich verarschen, oder was? Locoro! Zwipsi! Pompancho! Donfan! Wal! Coronana! Vesperbeere! Kleines Gespenst? Piccciolo! Piccciolo! Ja! Ja! Die ist gut! Die ist gut! Die ist gut! Lattens! Das hab ich vorher als Wingssehen! Die ist gut! Die ist gut! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Matthias! Ja, ja! Die ist gut, gell? Die ist es! Warte, 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 warte! Die muss so aussehen! So werde ich 87 wert! Warum sieht meine so aus? Ist das der kleine Bruder, oder was? Wurde ich verarscht? Sind meine Karten fake? Da gibt's drei Versionen. Wir schauen das jetzt einmal nach. Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Aber die eine Edition war schon die richtige, gell? Die hier war schon die 80-Euro-Edition. Das passt schon. Also die eine ist auf jeden Fall so viel wert. Die hier, gell? Oder? Oh, nein! Nein! Oh, nee! Nee! Das ist ja auch nicht die! Die sieht ja anders aus! Du, der Name ist gleich! Oh! Das eine ist blau, das andere ist grün! Ich hab' dacht, wir sind schon 80 im Plus! Meine erste Karte ist 2 Euro wert. Also jetzt müssen wir noch dringender das Pikachu ziehen, als ich angenommen hab. Jasmin's Blick registrieren. Pilapso. Terra Pogas. Ah! Jetzt ein Pikachu! Ist das das Kleine? Zwei Cent wert, oder? Zwei Cent wert wieder! Ruckel. Manta. Brose. Sanka. Arumel. Etendeng. Simo Yolora. Bikajamu! Ich hab' einen Handschuh bekommen, was? Oh! Palikia! Wer glaubt alles, dass wir noch eine gute Karte ziehen? Menki. Zebra. Marielle. Relul. Fayo. Pikachu. Ah! Bere. Äh... Äh... Keine Ahnung, wer das ist. Jetzt brauch' ich einen Pikachu! Ist das gut? Wieder zwei Cent, das kann gar nicht sein! Wir schauen jetzt Pikachu. Den nächsten Karten schau' ich selber nach. So. Inferno. Seemops. Kuckupan. Latu. Magerquark. Blaubeere. Walros. Schwarz-Weiß-Pokémon. Schlawina. Ah! Die ist gut! Flamingo! Die Flamingo muss gut sein. Wir gucken jetzt gemeinsam nach. Niemals ist die zwei Cent wert. Die glitzert überall. Flaming... Kno. Fünf Cent? Was? Fünf... Die ist immerhin doppelt so viel wert als zwei Cent, oder? Ich bin gerade an dem Punkt, an dem ich mir überlege, warum mache ich das hier überhaupt? Fahne. 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 Fluschig. Schale los. Bediene. Erdandanzinberg. Kokowai. Ah! Die ist gut! Bitte ist die gut! Die glitzert nicht mal! Latios. Auch glitzer, aber nicht gut. Jetzt Pikachu. Bitte! Fahne! Oh! 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 Ach den Minus! Oh! Hulz! Toboletz! Mauntier! Irgendwas! Oh! 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 Affiti! Keine Ahnung, was das ist! Pikachu! 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 Kommst du bitte zu mir! Oh! Kommt mal weiter! Knabbern! Knusella! Panzer! Knirps! Eisbündel! Xenia! Azumarali! Kapu Falalu! Cuanella! Zauber! Oh! Kein Pikachu! Eine kurze Frage! Wie ist die Stimmung? Genau! Wenn es mir schlecht geht, geht es euch gut, gell? Das ist immer das gleiche! Das ist immer das gleiche mit euch! Ich sag wie es ist! Nächstes Pack! Pummel! Voltaren! Knurps! Pisa! Heißt der Pisa? Was ist denn das? Magneton! Xenia! Taurus! Oh! Ist das ein kleines Pikachu? Trapfel! Oh! 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 Doch nicht! Kann einer kurz noch mal sagen, wie viel die Karten wert sind, was ich gezogen habe? Ich mache jetzt das nächste Pack auf! Er schreibt schon wieder nur 2 Cent rein! Das kann gar nicht sein! Das kann gar nicht sein! Das sind solle schöne Glitzer Karten! Das sind solle schöne Glitzer Karten! Wie sollen die denn 2 Cent wert sein? Äh! Äh! Lechewistus! Ok! Knackleon! Fragmentori! Selfie! Latios! Surfer! Schnabel! Toggetik! Oh mein Gott! Ist das Glitzer? Ja! Toggetik! Toggetik ist Glitzer! Pikachu! Es kann doch nicht so schwer sein, dass da ein Pikachu drin ist! Also logischerweise gibt es Sinn, dass jetzt eins drin ist! Eben! Das Papier für die Karte ist 2 Cent wert! Da ist der Druck ja noch gar nicht dabei! Und Glitzer ist ja immer wertvoll! Auf der Jagd nach Pikachu! Ruut! Kekju! Tecna! Irgendwas! Larry! Conchi! Notiz! Mantix! Pikachu! Das sieht gut aus! Jetzt Pikachu! Ja! Ja! Oh! Oh! Die ist ganz wie Glitzer! Die muss wertvoll sein! Die tue ich direkt rein! 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 Die muss wertvoll sein! Was kostet die? Was kostet die? Die muss wertvoll sein! Na 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 na! Die muss wertvoll sein! 3 Euro! Wie kann das sein?! Letztes Mal habe ich wenigstens jedes Mal so 5 Euro oder so gezogen! Jetzt 2 Euro?! Nächstes Mal nehme ich das Geld und schmeiße es zum Fälscher raus! So langsam werde ich wirklich sauer! Rotutu! Kapuno! Komisches Pokémon! Proxy! Voltaren! Lockwedel! Taurus! Ooooooh! Pikachu! Kletzest du?! Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben! Hab ich vielleicht ne Karte übersehen die voll wertvoll ist? Und die ich vielleicht gar nicht verstanden habe, dass die wertvoll ist? Torul! Thermob! Maka! Eboli schon wieder! Vincinchi! Toruntanto! Taurus! Kletzer! Ah ah! Als Fittis! Jetzt Pikachu! Ohhhh! Jasmin's Blick! Kann einer kurz die Lage checken, was Jasmin wert ist? Also ich meine die Karte! Pikachu! Aber! Die Jasmin fühlt sich voll gut an! Bitte sagt mir, dass Jasmin's Blick wenigstens was wert ist! Bevor... 22! Wir sind jetzt nur noch 50 Euro im Minus! Wir machen weiter! Ich seh bald meinen ganzen Schreibtisch nicht mehr! Hier sieht's unmöglich aus! Das ist natürlich jeden interessiert, wie jetzt mein Schreibtisch aussieht! Hier liegen alle Karten! Hier liegen die guten, auch wenn die leider alle 2 Cent wert sind! Und hier liegen die ganzen Packs, was schlecht waren! Wenn das Mama sieht! Rotomoof! Magnetilo! Bummels! Curry! Irgendwas! Wickel! Citrus! Taurus! Äh... Der sieht jedes Mal anders aus! Da hab ich schon 5 so Büffel gezogen! Was stimmt mit dem Büffel mit? Chalellos! Pikachu! Pikachu! Ohhhh... Jetzt Pikachu! Oh! Glitzer! Oh! 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 Ist die gut? Die sieht schon wieder gut aus! Die fühlt sich... Die fühlt sich super an! Die muss wertvoll sein! Weiß! 70! Direkt einhöhlen ist eingehüllt! Wir schauen kurz selber nach! Pfff! Polo... Sand! Aaaaah! Zehn Sand! Zehn Sand! Aaaaah! Ich bin krug! Das ist doch zum Mäuse-Maken! Auf Mission Pikachu! Wenn aus dem Legend-Pack Pikachu kommt, ist es trotzdem gut! Wir machen weiter! Oh wei! Am Ende... Der Schlacht werden die... Ich kann keine Sprichwörter! Weiter! Formion! Vesper! Pummel! Kontergewinn! Oh! Böses Pokémon! Sieht dick aus wie Taubers! Komisches Pokémon! Okay! Selfie! Und jetzt bitte Pikachu! Pikachu! Ich muss leider bekündigen, wir haben nur noch 9 Packs! Und ich habe mich so gefreut, dass ich dieses 81 Euro Pokémon gezogen habe! Geh? Und dann steht da einfach dran, dass es nur 2 Euro wert ist! Weil falsche... Weil falsche Zeichen... Wir malen weiter Packs auf! Theoretisch brauchen wir nur noch... Einen Pikachu! Dann sind wir... Wenigstens nicht im Minus! Wir fangen an! Die Jagd nach Pikachu geht weiter! Bronze... Apfel... Dolon... Miril... Psygun... Rufklingel... Ist das Glitzer? Ne... Sieht immer aus wie Glitzer! Das ist... Seepferd... Und das ist Pikachu! Hm... Ist die gut? Seemops? Seemops sieht aber wertvoll aus! Drei Euro! Hm... Das ist immerhin fast das Pack! Oh... Oh... Ich bin Kurt! Wie konnte ich denn letztes Mal immer so 5, 6, 7 Euro Karten ziehen? Und heute schaffen wir keine Karte über 5! Okay, wir machen weiter! Mundtier! Mundtier! Inferno! Seemops! Dich hatte ich grad! Waschkiewel! Fismonia! Scharfer Sinn! Den brauche ich jetzt Pikachu! Hm... Zebra! Pikachu! Oh... Pikachu! Skill ist Schuh! Skill ist Schuh! Hm... Okay, wir machen weiter! Äh... Das ist der kleine Tom! Klavion! Korkl! Wallerien! Magnetzone! Magnetion! Rotor! Mein Klitzer! Oh mein Gott! Den hab ich schon 20 Mal! Reicht doch jetzt! Ah... Was soll dieser komische Stier? Hey, dieser Stier, ne? Den hab ich jetzt schon so oft gezogen! In alle verschiedenen Farben! Es reicht doch jetzt! Wird mir langsam zu viel! Also, wir haben noch 1... 2... 3... 4... 5... 6... Wir haben noch... 6 Packs! 30 Euro haben wir noch! Pikachu! Es wird langsam Zeit! Aber... Ey! Mach dir keinen Stress Pikachu! Wir haben ja noch... Wir haben ja noch... 6 Packs! Kein Problem! Ich freu mich wenn es nachher kommt! Bisofan! Barschva! Lokoro! Swips! Scharfer Sinn! Voltaren! Lokwedel! Wallreiser! Lokwedel! Nochmal! Oh! 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 Die ist aber was wert! Da könnt ihr sagen was ihr wollt! Die ist die wertvoll aus! Ist wieder eine Ex! Locker kostet die... 30! Das ist die wo ich vorher gedacht hab! Schaut mal! Das ist die wo ich vorher gedacht hab! Dass es die 80 Euro Karte ist! Ist es dieses mal die 80 Euro Karte? So würde das Pokémon für 80 aussehen! Und so sieht das gleiche Pokémon aus! Mit dem gleichen Namen! Für 2 Euro! Und so sieht das... Und so sieht das Pokémon für 2 Cent aus! Ich hab jedes mal das gleiche Pokémon! Und jedes mal das weniger wert! Langsam wird es unverschämter! Wenn man weiter... Pikachu schläft nicht! Es ist noch alles drin! Oder so! Können mal reinschreiben wer jetzt noch Hoffnung hat! Ich hab's noch! Wenn man weiter... Togepi! Voll das süße Pokémon! Leben! Jedes Mädel braucht ein Togepi! Ich hab die Karte! Für 200 Euro kann sie dir gehören quasi! Makaba! Kabak! Balbibeere! Kokowai! Blitzetes! Ne! Tespo! Rassaf! Das ist super Pokémon! Simon! Ah! Ah! Okay! Wir machen weiter! Wir haben noch... 1, 2, 3... Wir haben noch 4! 3 Packs! Lasst schon mal ein Like da! Wichtig! Poponsch! Dondon! Korgel! Mantax! Taurus! Attios! Surfer! Oh! Oh! Headset! Einmal nachschauen! Sieht gut aus! Was? Pikachu! Ist wieder so eine X-Karte! 40 Cent! Oh! 40 Cent! Mein Opa hat damals noch gesagt! 80 Pfennig! Und nicht mal! Das ist viel! Letzte 2! Dann muss ich wieder Socken und Unterhosen verkaufen gehen! Wir sind jetzt so 160 Minus ungefähr! Wenn ich mich nicht ganz verrechnet hab! Karasrufer! Macht keine Pokémon Packs auf! Ignor! Mankey! Obai! Bublu! Pampis! Sauberfa! Glitzerstest? Ne! Oh! Pikachu! Pikachu! Oh! 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 Ich geh gut! Oh! Du musst wertvoll sein! Du musst wertvoll sein! Du glitzerst überall! Oh mein Gott! Du musst wertvoll sein! Schwarzer Kyrum! Bitte sagt mir, dass sie wertvoll ist! Sie ist wunderschön! 15 Cent! Langsam glaub... Ich glaub... Ich glaub euch nicht! Ihr habt mich so weit, dass ich nicht mehr glaub, was ihr schreibt! Alles tut weh! Tagesdurchschnitt 77 Cent! Aber auch das entschlage meine kleine Presse! Wenn hier ein Pikachu drin ist, dann hat sich alles gelohnt! Darum einmal nochmal die Daumen drücken! Wir brauchen nur einen Pikachu! Versteht ihr das? Wir brauchen nur einen Pikachu und alles ist gut! Rise, Roson! R Corona! Nangabot! Nur Rückenwand! Magnetilu! Schlaufe! Eisbündel! Letzt 광? Ok. Die früchten Karten kommen jetzt! Jetzt kommt ein Pikachu! Ein Pikachu reicht! Jetzt Pikachu! Ich würde sagen, wenn dir mein Video gefallen hat und du mich kostenlos unterstützen willst, schau es am besten noch fünfmal an, weil und einer hat hier gerade 200 Euro ins Sand gesetzt. Warum schau mal jetzt den Daumen nach oben, wenn du es immer noch nicht gemacht hast und schau das Video die ganze Nacht an. Ich zeige euch noch einmal mit den wertvollsten Karten. Vielleicht haben ja die Zuschauer falsche Werte reingeschrieben. Also, wir haben hier einmal das Wireless Headset. Dann haben wir Melotix, dann haben wir nochmal Melotix mit einer anderen Glitzer. Dann haben wir Barschwar, dann haben wir Latitias, wo ich gedacht habe, ist es zu teuer, ist es aber nicht. Semops, Koloss und Jasmin's Blick. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne, ob wir nochmal 200 Euro zum Fäscher rausschmeißen wollen oder ob wir einfach ein Pikachu ziehen. Viel Spaß, lasst auch bei euch auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.